Na? Revi? Revi? Oh, Revi! Ja, Mann! Mann! Ey! Wunderschönen guten Abend, Diham. Oh, eigentlich auch wieder viel zu lauter, Jungen. Ist das Revi? Das ist Revi. Du bist es wirklich, Revi. Ich freue mich, dass wir auch heute... Wir haben auch noch nie was on-stream zusammengespielt. Noch nie! Das ist wahrscheinlich, weil ich zu wenig Viewer habe, ne? Unangenehm. Moment mal, wir spielen hier um Geld, oder was, ne? Natürlich. Jungs, ich hab nichts, was soll ich sagen? Nein, wir spielen nicht um Geld. Zwischen Marcel und mir. Ihr seid ja reich, ihr habt ja viele Subs auf Twitch, ne? Richtig. Aber wir haben keine 10 Immobilien, so wie du. Hast du Immobilien? Boah, ein richtiger Autismus-Kombo, Alter. Trimac, du musst Gelb hergeben. Du musst grün kurz geben, du musst kurz die grüne Farbe ablegen, dass es grün aussehen kann. Dann bin ich nicht mehr gelb. Ja, ich weiß. Also, ich bin orange. Ich bin auf jeden Fall orange. Jungs, ich bin ehrlich, ich hab das Game noch nie gespielt, wa? Oh, das wird geil, ich werd nicht letzter. Jungs, und was spielen wir denn jetzt hier? Wir brauchen ja alle um 20 Subs, oder was? Also, der Gewinner kriegt von jedem 20 Subs, oder wie? Ja. Und Köln, ich hab noch eine private Wette, wer vor einem jetzt mit 50 Subs. Können wir machen, können wir machen. Wir machen wieder so, dass die extra Kälchen nicht zählen, ne? Also, nur wer als erster 3 hat. Bro, ich hab das Game noch nie in meinem Leben gespielt, keine Ahnung. Das Ding ist halt, die 100 Subs muss ich mir eigentlich holen, weil ich hab sie echt nötig, Mann. True. Egal, es geht mir einfach nur ums Geld, ich brauch mehr Immobilien. 4. Oh, Pistier. Marcel wieder mit der 9, der kotzt mich an schon wieder. Das ist irgendwie, Alter, weh, Jungs. 4 oder 5, ey. Wer steh denn da schon wieder? 3. Ey, das kann nicht sein, dass Monti bei der Abstand der Bettel ist. Try and make the Gute. Nach der Runde wird feststehen, wer ist der geilste Influencer, der bestspielendste. Ich bin richtig mad, Alter, wenn ich hinter Trymix bin. Ich bin echt gut geworden die letzten Male, ich hab da ein paar Play's draufgekommen. Wie kann man denn gut in dem Game sein, Alter? Oh, an die von Trymix kann ich mich erinnern, Alter. Aha. Geil, Alter, ne 2, Junge, let's go, der Hase. Lass es doch am besten so machen, dass die am wenigsten Subs bei Twitch haben einfach die Fresse halten. Also, Revi sagt die ganze Zeit. Oder wir machen so, wer die meisten Anzeigen hatte, der hält's Maul. Wie geht das denn? Wollen wir den Squad-Team zu viert machen ohne Revi? Ja, das klingt nach einer saugeilen Idee. Okay. Let's go. Null. Null. Gib Ruhe. Oh, Digga! Wer ist Lila? Wer rafft denn da gerade? Wer stöhnt denn da so? Knossala, alles in Ordnung. Ich krieg's nicht hin, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Ritter immerhin. Ey, kann ich nicht sagen, ob ich zu spät schlage? Ey, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich hab keine Runde auf Alien-Fortnite angelehnt, Lul. Wenn er jetzt zum Kaktus wird, kann er andere verletzen, ne? Ne, ne. Das war ein mega dumm, Revi. Digga, ein Kaktus piekst doch, Alter. Das macht doch Sinn. Das ist immer ein Kaktus-Shit für Schutz. Was? Safe. Er zuerst auf das Video kommt. Wenn du aufs Ding kommst. Scheiße, Alter, Digga. Ehh, ich hatte richtig Bad Luck, Mann. Worte, wie ist es hinter Trimix? Latte auf der 1. Das ist doch zum Kotzen! Wer ist hier am Schlausten, der Intelligenteste? Schreibt mal in den Chat. Trimix. Trimix. Ich glaube tatsächlich, ich weiß, es ist weird und ich hasse mich für die Aussage, aber ich glaube, Rehwi ist tatsächlich der Schlaueste von uns. Hätte ich aber auch gesagt. Fällt da mein Name eigentlich nicht, oder? Marcel? Ey, was ist das für ein Game? Ach, das ist Bomberman, oder? Wie Bomberman, genau. Man muss einfach so Bomben zu wem anders hinlegen, oder wie? Wie Bomberman, Bro, genau wie Bomberman einfach. Ich hab Bomberman nie gespielt. Liest man mit, Digga, Max. Das gibt's sogar auf iPhone, glaube ich, Bruder. Echt? Vorinstalliert? Vorinstalliert, Bruder, ich brech ab. Ah, ja, moin. Ich bin, glaube ich, saulucky gespawnt, oder? Oh, mein Gott, ich bin der dümmste Mensch auf Erden, Alter. Nein! Ja, ich war, ey, bei mir war auch total... Wer hat mich jetzt auf dem Gewissen gehabt? Welches Schwein? Der ist mit der Weihnachtsmütze unterwegs. Drei, Meg! Ich hab so einen Luck hier oben mit meinem Spawn, Alter. Guck mal, ich kann nichts machen, ne? Alter, Rehwi spielt das Game so falsch. Guck mal, guck mal, alle rechts oben. Scheiße. Gibt's da noch eine Runde? Äh, ne, zwei Runden. Oh! Oh, das war's. Oh, nein! Als ob, Kevin, halt's den Maul. Digga! Boah! Bro. Und jetzt gib ihm eine. Kevin, wir haben stark gespielt, wir beide. Krass, Rehwi, gut gespielt. Der Trimax, Alter, ich muss los. Ja, komm, Digga, ja, komm, wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Alter, wie viele Probleme du hast, einfach. Au. Oh, was ist das? Das ist Monty's Game. Oh, ja, das ist geil. Das ist geil. Rehwi hat eben noch gesagt, man kann in dem Game keinen Skill haben, aber jetzt pass mal auf. Doch, kann man Skill haben. Ja, Rehwi ist auch dumm, einfach. Erzähl mal bitte ganz kurz, was ist dein Lieblingsobst, Max? Dein Lieblingsobst. Apfeltasche. Apfeltasche. Fokus bitte, fokus aufs Game. Apfeltasche einfach. Wird das immer schneller wahrscheinlich, ne? Ja, und immer mehr und so. Scheißfrage. Max, Junge, nee. Oh Gott, ich hab's so kassiert. Aber ich verbrenne mir hier die Flossen, ich will nicht mehr. Die Monte. Nein, ich bin dead. Oh, Bro. Keine Chance. Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, Moin, der wieder. Alter, das gibt's nicht. Rehwi, wie war heute GTA Roleplay? War saugeil. Ich hab mit Leuten im Kreis gestanden und geredet, Junge. Nice. Worum geht's? Du musst ausweichen einfach. Gleich wie eben, nur mit Kanonen. Und ohne springen. Ein paar Sekunden später. Man kann nicht springen. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ach, der Rehwi kriegt total Angst. Mhm. Ich bin gerade hartfokus. Ah! Das war so mies. Digga, so dumm, Alter. So dumm, Junge. Also ohne Witz, ich hab das ja auch mal first time gespielt, aber so schlecht war ich nicht. Junge, du bist gerade letzter. Was talkst denn du, Alter? Wie die Zuschauer das feiern, was wir für eine Schnittmenge haben. Wir sind die vier größten Twitch-Streamer Deutschlands und Rehwi. Das ist doch mega geil. Ja, das ist doch geil. Yikes. Frag mal Treibenberg, ob er keine Pflaume kennt. Wieso? Was ist das für eine Geschichte? Ich hab jetzt mal im Fernsehen. Der hat's geschafft. Ihr wart zusammen da, oder? Naja, wer weiß denn sowas. Und Max hat so reingesackt, Alter, wirklich. Wirklich? Er war so unendlich dumm. Er hat so dumme Sachen gesagt, Mann. Es wundert mich, dass er sich nicht am Wasserglas verschluckt hat, Alter. Junge, 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 da hat er das ganze Buffet geplündert, Alter. Das hättest du sehen müssen. Da gab's kein Essen. In die Taschen gesteckt hat er sich. Clash Royale läuft nicht mehr, Alter. Was ist das? Wie bestätige ich? Oh mein Gott, du verkackst, du verkackst. Meinst du? Gut lach, Freunde. Warte mal, da kann ich auch kommen. Ey, Rehwi, du musst es aber holen, ne? Dann nehme ich jetzt Controller. Sonst hat Klosi zwei, Alter. Bitte gewinn das. Ja, was gewinn das? Will der das gewinnen? Oh mein Gott, Rehwi ist so ein Shit. Rehwi. Hey, was soll das denn? Ja, warte doch mal, Bro. Du musst mir ein bisschen Zeit geben. Ich muss reinkommen in die Mechanics. Du hast keine Zeit. Wie mach ich das denn? Ja, danke. Guter Schnibbler. Und tschüss. Bro, ich bin, ich bin, ich bin... Digga, im Moment das unfair, weil der Controller hat, ne? Mama, komm, bitte das Naturliche hinterher, Alter. Jei, Gott, der Lächter, jawoll. Bro, surrender. Und tschüss, amigo. Jawoll. Hier ist die Nummer 1. Warum hast du gegen Knossi gemacht? Bro, weil alle gesagt haben, er wäre shit. Was bin ich shit, Blatt? Du hast das ganze Game versaut, Rehwi. Ja, ist so. Ich bin tot. Ich bin letzter. Oh, Digga. What? Das ist ein Riesenjump. Nein! Ja, und? Ja, Jump, Digga. Alter. Schläft mit dem Entwicklerteam ja irgendwas. Fliegt die Rakete direkt zur Kiste? Ja, macht sie. Die fliegt auf jeden Fall den schnellsten Weg. Aber ich weiß nicht, wo du spawnst. Aber ich... Oh. Macht sie denn? Du könntest die Abrissbärne auf Trimax machen? Ja, aber die... Die Bärne... Du darfst nicht ins Licht. Eigentlich ja jedes Game das gleiche. Man muss immer ausweichen, ne? Digga, ich finde das Spiel ja echt wack. Das ist auch scheiße. Ah! Ich leide immer so, wenn ich im Scheißlicht bin. Ach, Mann! Boah, tot. Tot! Oh, Baby! Unerträgliches Spiel. Ja, Mann! Scheiße, Blatt! Ja, Baby! Ja! Genieß es bitte richtig. Sag noch einen Satz dazu, bevor du mich killst. Sag mir was. Ich habe irgendwas cooles. Bro, was cooles, Alter. So ein Filmzitat. Ähm, hasta la vista, Baby. Oh, Junge, Alter. Oh, war der peinlich. Halt, Bro, was willst du sonst sagen? Alles der peinlich. Ich habe so gehofft, dass du da sch***, Alter. Warte, schau mich, Alter. Dann kriegst du erst mal einen f***en Pokal, bevor du das mal hochmachst. Boah, viele Steuerungselemente hier. Bin ich ehrlich. Überfordert mich. What? Waaah! Rage, Rage, Rage! Schwenk. Das ist verbuggt, das Game. Das ist ein Fehler. Wahnsinn. Digga, du... Latenz, Alter. Mucht-Game, Digga, Mucht-Game. Das Spiel ist schlecht programmiert. Das kann ich machen. Oh, ja, komm, komm, komm. Ja, 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 rein! Oh, ja, was ist das denn? Ja, geil, Alter, geil. Ist Max. Schwenk ist wieder zu dick. Zu viele Nutella-Bote reingehämmert. Ey, apropos, ich habe mir eine komplette Körperzusammensetzungsanalyse machen lassen. Und? Ich habe 30 Kilogramm pures Fett. Sorry for flex. Ja, wie viel wird das bei mir sein, ey? Bruder, ich bin kein Profi, aber ich glaube, das ist nicht so gut, oder? Ich glaube, es ist extrem... Hier ist so ein Organfett, das ist bei mir extrem ungesund. Aber keine Schlüssel. War Ast. Jawohl. Nein, aber... Ja, Baby! Mann! Ich habe das geholt, hat er... Hey, warte, 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 ich habe doch... Ich war doch vor ihm. Ne. Ey, ich will endlich eine Kiste öffnen, ich habe alle Schlüsse der Welt, Digga. Ich könnte jedes Schloss damit aufmachen, wenn ich will. Ich werde euch gleich meine Rakete in den Arsch jatzen, einfach aus Bock. Ich glaube, dass die Runde schon gelaufen ist, ehrlich gesagt. Du bist so eine Missgestalt, Max. Oh, das ist weit weg. Ich wüsste gar nicht, dass die Map da hinten so groß noch ist. Ich gönne dir nichts, ich gönne dir gar nichts, Max. Oh Mann, Digga. Oh, das ist geil, da ist richtig so ein Lost drin. Ich habe das noch nie... Was ist denn das? Kann man springen, ne? Ja, läuft vor. Kann man springen? Ja, geil. Man kann nicht springen, ihr blöden. Das ist nur hinterherlaufen, ey. Ach, Junge, ey, man kann nicht springen. Ich habe jetzt schon reingesucht, weil ihr gesagt habt, man kann springen, habt ihr gesagt, Digga. Kann man nicht. Alle, 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 alle bisschen... Hä? What the strong? Ach, Junge, ich hänge mich auf. Äh, Mont, also Chat meint gerade, dass Mont aufs PC abgeschüttet ist. Nein. Ja, gewonnen. Dann habe ich gewonnen. Ja, dann habe ich jetzt aber gewonnen, ne? Nein, dann habe ich... Hä? Nein. Wir haben beide gewonnen. Papa, Platte und ich. Beide zwei Schlüssel. Was willst du noch da entscheiden? Wir kriegen von allen 20 Subs. Kevin, kannst du mich kurz vorlesen, Digga? Hm. Jo, Raven-Style, Bro, danke für die 20 Subs. Ja, mein super toller PC hat sich mal wieder aufgehangen. Perfekt im Moment. Ganz klasse. Digga, ich habe auf den Tisch gehauen, dann habe ich Blackstream in zwei Monitoren und alles hängt. Ich gönne jedem den Sieg, aber wenn es um drei Vokale geht, habe ich auch zwei. Ja, Bro, ich habe jetzt Kevin schon, also Knossi, ich kann jetzt hier, also Digga. Da haust du einfach so 20 Subs raus, das war jetzt ein privates Ding. Ich habe noch gerade gesagt, es hat keiner gewonnen. Wir machen nächstes Mal Revanche. Ne, wenn es so ist, Kevin, wenn du mich jetzt gebetet hast, dann musst du auch zurückgiften, weil sonst ist es nämlich ruhig. Du bist so reich, Kevin, du bist so reich. Digga, Alter, Maul, du bist selber so reich. Du hast, das ist so unfair, du hast ein besseres Leben, du hast eine Freundin, ich nicht gifte mir, komm. Ja, passt. Ich weiß nicht genau, welche Runde das war, aber ich kann die 13. Runde von unserem Game gerade laden. Probier das mal, das wäre cool, wenn wir es weiterspielen könnten. Stimmt das wieder alles? Ja. Weiß ich genau. Jungs, also, warte mal, ich muss kurz los, geht nicht anders. Nichts allzu schlimm ist, aber ich muss ganz kurz los, ich kann, eine Viertelstunde, 20 Minuten brauche ich. Mein Chat schreibt gerade, dass Regina wahrscheinlich alleine zu Hause ist. 15 Minuten, Alter, mit einem Lampo 400 über die Autobahn in Köln. Ja, Max, dann lass uns über irgendwas reden, komm. Kurzer Talk, okay, kurzer Tag, ja? Nee, kurzer Talk einfach, komm. Ja, Kevin, dann erzähl doch. Ich habe heute von meiner Freundin einen Spandmandariekuchen gebacken bekommen. Oh, Traumbeziehung ist es, oder? Kann ich was anderes machen? Was geht in deinem Liebesleben ab? In deinem Video? Nee, das ist tote Hose, ne? Du rieb dich doch nicht an, Alter, du hast zwei Tinder-Dates am Tag. Das ist so gelogen. Hör auf, das stimmt nicht. Stell euch vor, ihr seid jetzt einfach gerade Monte-Viewer, wolltet entspannt einfach Monte gucken, wie er einfach Warzone spielt, furzt und auf den Tisch knallt. Und jetzt muss man einfach dem hier zuhören, Alter. Traurig, Alter, Digga. Bro. Kurze Frage an dich, Jens. Würdest du sagen, du würdest Trimax im Kampf besiegen? Das ist eine Maschine, gell? Oder? Ich glaube... Ich bin ganz schön über, ich bin fettleibig. Ich glaube, ich bin wieder da, genießt es. Wir machen jetzt weiter. Tut mir leid auch an die Leute bei Trimax, Revi und Powerplatte im Chat. Ich glaube, ich habe wirklich eine geistige Behinderung, Alter. Ich bin ehrlich. Digga, das ist einfach... Könnte sein, tatsächlich. Guck mal, Digga, ich fühle mich gerade wie Monte, als er mit mir in Minecraft gespielt hat. Einfach Fehler am Platz. Ja, ich weiß, aber... Och Mann, nicht nur wieder dieses Müll-Game, Alter. Du kriegst mir einfach einen Kaktus ab. Digga, da bin ich zu dumm für. Real talk. Ich kann mir nichts merken. Ich habe zu viel getrunken in meiner Jugend. Ich weiß es nicht. Irgendwas mit meinem Gehirn falsch. Mann! Egal, schaff's auf. Ich geh kurz kisten. Scheiße, das ist in Ordnung, Bro. Nein. Ist Revi irgendwie gestorben oder Max? Digga, ich habe mich so konzentriert, ne? Ich war noch nie so fokussend bei irgendwas. Ma, ja, komm. Komm. Ja, komm. 1, 2, 3, 4. Ja, komm, Alter. Ja, komm, Scheiße. Das ist wirklich... Hat der gerade auf seine Tastatur gerotzt, ne? Ja, nicht schon. Ah! Das war es an der Stelle komplett, Alter. Oh, da ist jemand Tilt. Er redet nicht. Er redet nicht. Er redet nicht. Der hat auf den Tisch gehauen. Ich glaube, Stream ist down. Oh mein Gott, nein. Mont ist auf. Mont ist auf. Hey! Oh, Scheiße! Digga, nee! Das ist doch nicht wahr, Alter. Max? Das ist nicht passiert. Er ist ausgerastet. Er ist ausgerastet. Er hat auf den Schreibtisch geschlagen, ne? Er ist ausgerastet. Scheiße, lass das aufhören. Lass es aufhören aus. Lass einfach, lass einfach lassen. Das soll heute nicht sein. Ey, Jungs, aber war eine geile Session. No Joe. Ich habe das übel. Also, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Macht's gut. Tschau, Jungs. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017